Herzlich Willkommen zu Let's Play Fire Emblem Echoes Shadows of Valentia. Wir müssen jetzt eine Taktik gegen der 4 ausklügeln und ich denke, wir werden einfach Mathilda und Claire als eine Art Mauer vor sie bauen. Und... Ach nein, oder? Boah... Okay... Wie weit kann er denn angreifen? Sehr gut. Hoffentlich kann Clive... Idis funktioniert nämlich nur, wenn wir nicht angegriffen werden können. Sehr gut. Ja, warum Mathilda und warum Claire? Das sind eigentlich unsere einzigen beiden, die einen Hit von ihr aushalten können und gleichzeitig nicht über zwei Felder angreifen können, also sie zurück angreifen würden. Natürlich wird es jetzt sehr langsam vorangehen. Okay, I'm ready. So... 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 Jetzt müssen wir uns irgendwas zum Heilen suchen. Ja, das ist okay. Okay... 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 Das ist natürlich doof, dass er jetzt angegriffen werden kann. Ach, das macht's alles so schwierig. Und sehr langsam. Zumal, wenn sie quittet. Ah, sie kann jetzt nicht mehr angreifen. Sehr schön, sehr schön. Damit hat sich das Problem schon mal erledigt. Das ist natürlich nice. Solange wir sie nicht angreifen, kann sie jetzt quasi auch nicht fähnten. Okay. Ach, come on. Hat er wieder Schleim, ja. Das zieht so viel ab. Ah, das ist mein Mann. Ich weiß nicht, ich glaube, Pfei braucht mittlerweile. Bisschen mehr Erfahrungspunkte. Ja, mein Mann ist die Geschwindigkeit hochgegangen. Was hier halt auch anders ist als bei anderen Fire Emblems, ist halt einfach, dass man Ah, sie will sich heilen quasi. Ja, so ist sie von mir aus. Dass man hier nicht so eine Art Waffenlevel hat, der hochgeht. Und, ach, wir haben echt noch den Endboss. Nice, nice, nice. Und... Und... dass diese diese Auflevelung Sachen nicht gibt sage ich mal es ist auch relativ egal welche Waffe wir einsetzen also bei anderen Fallenbloms habe ich oftmals drauf geachtet wenn beide Waffen den Gegner besiegt hätten einfach eine einzusetzen die halt ein bisschen schlechter im Level ist dass sie hochgelevelt wird ich hoffe ja sehr schön hier hoch ist eigentlich ein Angriff tot was ist das denn für Zauber tödliche Magie 14 echt jetzt hier hat er einen Sack Sacki Tai 16 na gut wollen wir es mal nicht beschweren ok Well. Wie soll man das auch hinbekommen? Ich überlege gerade, ob einem das überlebt, aber ich hoffe ja. Ich hoffe ja. Sehr schön. So, ich bin der Meinung, wir können ihn jetzt mit den Beinen besiegen. Okay, 76%. Wir versuchen es einfach mal. Nein! Oh, ist das Peter! So! Das kann nicht euer Ernst sein, oder? Verheerender Angriff auf einen benachbarten Gegner. Wow. Das war echt eng, Leute. Das war richtig eng. Ah, Silber! Ach, das sind diese Ducat oder irgendwas. Was mache ich hier? Matthilda! Bruder! Sind Sie da? Das war zu narrow eine Victory. Sie hat aber auch echt zweimal eine 75% Trefferwahrscheinlichkeit, was er mit... Matthilda, was ist los? Eieieiei. Das hätte bei uns fast den Kopf gekostet. Aber eine andere Taktik wäre auch schwer geworden, finde ich. Burgenretter erschienen, von mir aus. Jetzt könnten wir noch zum Schleusentor gehen, äh, zur Schleuse. Dieses massive Konstrukt versperrt das Ende der Schlucht, die beiden Kontinente teilt und dient der Regulierung des Wasserflusses. Habe ich mir das nicht schon mal vorgelesen? Ich bin mal gespannt, wie gut sie ist. Vielleicht kann sie mit Pfeil mitteilen. Whatever game you're playing, Lou, I won't fall for it this time. Stell dir vor, sie hat richtig gute Verteidigung und das noch als Magierin. Dann müssen wir sie nehmen. Wait, Tatara was controlling me? Ew! I am so sorry. I must have been a real handful. But I swear, I don't remember any of it. It's all right, Tophia. Also wenn's nur um Sympathie ginge, würde ich sie auf jeden Fall mitnehmen. Aber das Spiel hier ist fast zu anspruchsvoll, als dass man hier jeden Charakter mitnehmen kann, den man sympathisch findet. Ein bisschen muss ich da auch auf die Werte achten. I am sorry, I worried you, Lou. Captain, the Deliverance came along, huh? Yep, thanks Deliverance. So, if Lou is sticking with you guys, I get to come too, right? I'm pretty darn tough, you know. I'll give all your enemies what for. Shit. Cool. Delfia sure isn't short on energy, is she? I know. She's simply incorrigible. She was spoiled growing up and now look at her. She just runs amok. I feel your pain. Well, I admire how close you are. I never had anything like that. I'm glad you're a team again. It's appreciated, all. But there aren't words enough to thank you proper, so I'll speak with action. From here on out, sire. I am your most loyal man. I believe I won't be able to use you. Yeah, maybe let's not have any of the whole sire thing. And why not? You're our king, aren't you? I wish Luthier hadn't said that. Alm? Hello, Clive. I just wanted to say, fine work there. Rescuing the maiden as you did. What's this? Are you, maybe, possibly admitting that I did the right thing? I am as shocked as you. It appears you are more fit to be king than I will ever be. Oh no, don't you start. Unlike you Alm, I have been too willing to put people's lives on the line. I stand by my belief that a commander must put reason before emotion. But failing to rescue Matilda or my sister was cowardice, not reason. The truth is, I chose not to act, for fear it would undermine my authority. Stop it, Clive. You're no craven. Aren't I? Just look at what you did in my stead. I criticized you roundly for diverting our army to save one person. But you did it anyway, because you have something I do not. Strength of heart. You understand what is precious, and fight for it no matter the cost. I am lucky to have so wise a teacher. Clive, I don't know what to say. Yeah, but it's not. Now comes our favorite action. Prüfen. Fässer and Kisten. Wozu die vielen Vorräte? Manacard. Was können wir gut gebrauchen? Letzte Zeit haben wir viel von sowas verbraucht. Dem Efeu nachzuurteilen war hier schon lange niemand mehr. Ja, das sieht echt so aus. Hier drin ist mehr Platz als ich vermutet hätte. Trollraum. Trollraum. Öffnet die Schleuse. Ja, Schleusenmann. Was? Was ist das für ne Schleuse? Someone has to open a Schleuse in the Temple of Mila first. Ah. Und das ist wahrscheinlich dann die Stelle, wo das B-Team quasi... Ah, verstehe. Ja. Okay. Getriebe. Hui. Die Zahnräder sind wirklich riesig. Und auch rostig. Oh, ja. Oh, richtig. Tisch. Hier verbringt der Schleusenwärter wohl die meiste Zeit. Trinkwasser. Nein. Ich will das Brot. Okay. Auch ein Schleusenwärter muss ab und zu mal was essen. Ja, ich denke auch. Das Herzstück der Schleuse. Ganz schön klamm hier. Nein. Das war falsch. Oh. Warum wollen die denn reden? Ich bin ein Schleusenwärter. Ich bin ein Schleusenwärter. Natürlich, ich dachte, dass die Akademie auch mein Leben wäre. Aber ich konnte nie ganz gut gehen. Ich konnte mich nicht mehr so sein, dass ich ein Schleusenwärter nicht sein könnte. Also, ich war Python-Python. Ich war ein Schleusenwärter. Ich war nicht mehr so ein Schleusenwärter. Und ja, ich wusste, dass ein Schleusenwärter wie ich nie sein würde. Aber ich dachte, wenn ich hart hart und der Herr mich vermerkte, dann vielleicht... Es war eine Verrschung. Das hat sich sehr nützlich erwiesen für uns. Delphia und ich sind beide aus einer Blutlinie von befehlenden Magern. Wir haben uns mit dem natürlichen Gift für die Magie gegründet. Aber obwohl sie mehr Talent als ich haben, hat Delphia immer ungratet. Sie spendet mehr Zeit, um zu spielen, als zu trainieren. Das klingt nicht gut. Wenn sie ihre Studie ernst nehmen würde, dann hätte sie nicht manipuliert. Es geht nicht mehr. Es gibt kein Punkt, um sie zu lamentieren. Sie wird 100% besser sein als er. Das werden wir jetzt herausfinden. Da wollte ich hin. So, ein letztes Mal werfen wir noch einen Blick auf sein Team. Wow. Fast keine Verteidigung. Aber schaut euch diese Resistenz an. Das ist die höchste Resistenz im ganzen Team, die wir haben. Und der Glücksbeherz ist wahrscheinlich auch der höchste. Ja. Ich weiß nicht. Sie schaut nicht so kampfbereit aus. Feuer kann sie. Dann Aura. Okay. Das ist wahrscheinlich das, was auch ganz viele Hexen hatten, warum sie überlebt haben. Weil hier ist die 30%ige Wahrscheinlichkeit Glückwertes, 15 x 20, 30. Einen Angriff zu überleben. Und was ist der Gebetsring? Das würde mich auch mal interessieren. Komm. Schatz, er mag seinen Trigger vor dem Tode. Ach, das kommt auch noch dazu. Eieiei. Ja. Der Fia ist halt im One-on-One wahrscheinlich ziemlich gut. Der Fia ist halt im One-on-One wahrscheinlich ziemlich gut. Aber auf dem Schlachtfeld? Schwierig. Okay. Auf geht's. Seneca. So. Der Bergweg. Dieser Punkt merke ich jetzt. Hier die exakte Mitte des schmalen Gebirgsfalls, der Schloss Sophia mit dem Hafen von Sophia verbindet. Und wir gehen jetzt zur Küste von Sophia. Oder können wir auch nach oben? Können wir nicht. Handelsrote, die sich an der Küste im Osten Sophias entlang schlängelt. Sie führt zum Tempel der Mila und wird von kleineren Festungen gesünd. Ja? Das ist das. Das ist das. Alle sind in der Küste. Danke. Aber Selika, schau! Huh? Mehr von Grief's thugs, ich denke? Na gut, gib der kleine Frau einen Preis. Du bist ziemlich smart für ein Vorarlass. In diesem Fall, vielleicht auch du wissen, wie viel Geld ein Paar wie du kannst. Palla und Catria werden mal eine richtig gute Verstärkung für unser Team. Aber sowas von. Okay, an dieser Stelle machen wir im nächsten Part dann weiter und holen uns die beiden. Bis dann, tschüss!